Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 War doch eine gute Idee herzukommen? Ja klar. Es gab jemanden. Sie sind in der Schlüssel. Hey? Es gibt jemanden? Vielleicht jemanden will uns Angst haben. Hier? Das würde mich erinnern. Wenn Papa sich nicht versteckt hätte, hätten ihn die Einbrecher auch verbrögelt. Was? Warum hast du es mir nicht gesagt? Lüg mich bitte nicht an, ja? Ihr seid die Lügner! Was ist hier los? Was ist das? Willst du mir jetzt sagen, ich habe mir das nur eingebildet? Max? Max, das ist jetzt nicht mehr lustig! Was ist das nicht mehr lustig! Ich bin noch mal lustig! Wir sind noch mal X zu einem Mal, wir sind jetzt zwingend. Nichts mehr lustig! Was ist das?